Was geht ab, Leute? Nörder-Lerd-Games. Willkommen zurück zu Tomb Raider. Gehen wir hier mal weiter runter. Treibstofftanks. Hey. Wollen wir mal schießen? Richtig drauf. Sollte für eine schöne Explosion sorgen. Hey, was haben wir denn hier? Nettes Ventil. Fummeln wir da mal ein bisschen rum. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzeigen. Okay, also Feuer. Munition. Okay. Hm. Wie können wir Feuer erzeugen? Das ist die Frage. Ah, perfekt. Das ist genial. Jetzt können wir Feuer machen, wo wir wollen. So sollte es gehen. Boah, das wird lustig. Wenn wir das hier angezündet haben, müssen wir rennen wie bekloppt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, ich will mich besser mal... Obwohl das Tor ist dazu. Gehen wir mal besser ein Stück zurück. Okay. Okay. Weg, 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 weg. Hell yeah. Da ist es. Da ist es. Oh mein Gott, holy shit! Wahnsinn! Woah, 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 woah! Wow! Wow! Wow, das ist unglaublich! Fuck! Boah! Wow! Wow, was war das denn jetzt? Okay, ich hätte wahrscheinlich hochgemusst, nicht runter. Jetzt werden wir die ganze Tode auch nochmal. Wahnsinn! Okay, wo lang ist die Flanke? Wow! Ich glaube, da kommt noch was hinterher. Wir sollen uns weilen. Rüber, rüber! Wahnsinn! Wow! Das war sauknapp! Irgendwas ist hier richtig, richtig kaputt an der Insel. Und zwar schnell. Und zwar schnell. Trapez! Das ist eine coole Sache. Boah, das ist Wahnsinn. Ich kann immer noch nicht fassen, was gerade passiert ist. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen schwingen. Oh, oh. Jetzt sagen wir ja nicht, das Haus kommt hier runter. Okay, wir sollten Gas geben. Boah, das war gar nicht mal so übel. Okay. Oh, wo lang? Wo lang? Einfach runter. Spring! Oh mein Gott. Wir sind von so einer dämlichen Kiste gestoppt. Scheiße, jetzt haben wir natürlich so einen Idioten. Dynamit! Wow! Okay, wir müssen dem ausweichen. Tja, aber ich. Boah, ich konnte nicht zur Seite. Okay, der ist draufgegangen. Wow. Lara kommt echt in eine beschissene Situation in die nächste. Aber diese beschissenen Situationen sind so episch. Das geht mal gar nicht. Das geht mal gar nicht. Hier durchsuchen wir auch. Gucken wir, was der Pilot dabei hatte. Arme Schwein. Können wir leider nicht durchsuchen. Hey, ich hab Feuer gemacht. Ja, brauchen wir fürs Erste nicht. Okay. Nichts. Das ist eine gute Idee. Erstmal ausruhen. Ausrüstung checken, aber... Wir haben nicht genug Punkte. Wir haben nicht genug Punkte. Wir haben nicht genug Punkte. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ja. Und danach müssen wir jetzt suchen. Lara, was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm. Er kann aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich hab den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Machen wir schnell. Okay, ab zu Roth. Ja, nee. Ist klar. Und ich bin auch noch auf dem Kopf. Oh. Oh. Den muss ich auch fallen. Sehr schön. Ja. Jawohl. Wow. Dass man so einfach rausziehen kann. Nicht schlecht. Kommt her, Idioten. Oh, weg. So muss man immer in Bewegung bleiben. Genau durch diese dämlichen Kerle. Jawohl. Den schon saß. Und noch einer. Komm, du auch noch. Ah, ah. So geht's. Es muss einen Weg nach oben geben. Klar, wir dürfen noch garantiert das Seil irgendwie benutzen. Wie gesagt, eine beschissene Situation in die nächste. Das ist der absolute Wahnsinn. Zugegeben, es endet wirklich sehr stark an Chardet. Nathan Drake hat genau das gleiche Pech. Irgendwo kracht was ein. Er fällt irgendwo runter. Bricht sich komischerweise nichts. Aber hey, das ist so episch inszeniert. Ich beschwär mich kein bisschen. Wollen wir das mal ein bisschen ranziehen? Okay. Das sah gar nicht mal so übel aus. Was ist denn mit dem Ding da? Wir können garantiert unsere Deckung dadurch zerstören. Ja, das funktioniert. Okay, dann mal hier. Ah, cool. Ich hätte die damit auch töten können. Nicht mal so übel. Okay, nur müssen wir jetzt da irgendwie hoch. Kann ich hier... Oh, wenn ich da runter springe, bin ich 100% nicht erledigt. Da haben wir ein explosives Fass. Da muss ja der Bogen nicht viel tun. Obwohl, das ist gar nicht explosiv. Oder vielleicht doch? Hm. Was haben wir hier in der Ecke? Nichts. Da war ich gerade an der Kiste. Das Ding ran zu ziehen hat auch nichts gebracht, oder? Ich könnte versuchen zu springen, aber... Ich probiere es einfach mal. Ja, geht so. Gerade so. Muss ich auch manchmal einfach was trauen. Ah, da konnte sie sich nicht dran festhalten. Bisschen zu hoch. Und jump. Ach, ich glaube nicht, dass da oben irgendwas ist. Können wir das Pfeil... Das Pfeil, genau. Können wir das Seil auch irgendwo... Ne, können wir nicht befestigen. Sonst hätte ich gesagt, schwingen wir uns irgendwie da rüber und ziehen uns hoch. Ich denke, auch nicht so verkehrt. Welche Idioten hier. Okay, scheint nicht der Fall zu sein. Das könnte ein guter Punkt zum Einhacken sein. Okay. Benutzen Sie Seilpfeile in der Nähe von Ankerpunkten. Okay. Ich denke, das dürfte so ein Teil sein. Ja, genau. Okay, hätten wir näher dran stehen müssen. Und rüber. Ich finde das faszinierend, wie schnell die rüber klettert. Okay. Okay, Pfeile. Weißt du, die Welt ist so dermassen cool designt. Man will einfach ein bisschen mehr erkunden. Okay, Pfeile sind voll. Ich glaube, ich werde mir die Zeit noch ein bisschen nehmen, um mal in alle Ecken zu gucken. Wow. Hat es hier gelohnt. Immer in zehn Erfahrung. Hätte da oben vielleicht noch hochklettern können. Egal, gehen wir weiter. Ja, die Tür ziehen wir auf. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen overused. Jetzt benutzen wir das wirklich überall. Wow. Genial. Allein solche Passagen lockern das Spiel extrem auf. Hey, das ist Roth. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Roth. Hey. Wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier kommt Pilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Und uns sammeln, wenn wir Sam wiederhaben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein. Das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Das ist eine gute Entscheidung. Vielleicht kann uns der Typ noch helfen. Hey, hier ist sogar ein Lager. Perfekt. Checken wir einfach mal. Warum nicht? Schnellreise, Ausrüstung. Gucken wir später, wenn wir mehr Punkte haben. Erstmal die Fähigkeiten. Überleben Upgrades. Hm. Hier ist das meiste noch gesperrt. Rang 2 abgehärtet. Okay. Darum sollte ich mich bald kümmern. Was könnten wir hiervon noch nehmen? Das haben wir schon gemeistert. Boah, ich kille nicht so viele Tiere. Deshalb weiß ich nicht, ob das so ultra nützlich ist. Ich begegne auch wirklich kaum welchen. Hm. Jäger Upgrades. Rang 2 abgehärtet. Dadurch, also ich muss wahrscheinlich meine Waffe abhärten. Also, hey. Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Was haben wir denn hier? Halten Sie Ihren Kampf mehr aus, um zu überleben. Nicht schlecht. Schmutzige Tricks. Werfen Sie Ihren feinen Steine und Dreck ins Gesicht. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich will erstmal ein bisschen länger überleben. Man frisst wirklich teilweise echt viel Schaden. Okay. Gehen wir weiter. Retten wir den Piloten. Da ist das blaue Raufsignal. Flugzeug. Fehlt mir, was davon übergeblieben ist. Okay. Okay. Hier runter. Hell ja. Sein wir uns ab. Hell yeah. Okay. Okay. Okay.